So, der Chaotentrupp ist wieder da. Du nimmst den Hacker wahrscheinlich? Weiß ich nicht, willst du den nehmen? Ne, ich dem Locksmith. Dann hacken wir uns mal ins Haus, ins Gebäude. Ich frage mich, wie viele Klassen es hier gibt. Verdammt, das war ne Kamera! Nein! Was ist denn das? Wirbelwind? Ein IMP steht doch da ganz groß. Hab ich nicht gelesen. Ja, wir brauchen irgendwie... Oh, das ist ein Computer. Äh, eine Kamera. Piep, 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 piep. So, ich hab grad irgendwas gehackt. Oh fuck, ne Wache. Die wollte ich nicht hacken. Hahaha, ich hab was gehackt. Anmachspruch schlechthin. Oh, getan. Ein Anzug. Hm. Mal sehen. Ich bin jetzt im Secondary Control Room. Ich hoffe, ich komm mal bei Kameras. Aber hier gibt's keine Terminals, wo ich ran könnte. Was hat... Führen denn diese ganzen Schleichwege hin, ja? In Steckdosen kannst du nicht reinhängen. Achso. Steckdosen, geil. Er hackt sich durch Steckdosen rein, das ist unglaublich. Ja klar, Mann. Cool. So, da. Primary Control Room, da müssen wir hin. Hast du irgendwas... Warte, wir schleichen einfach vorbei und ich knapp den Save dann. Ich kann schneller lockpicken als du. Ja, dann mach mal los. Okay, dann. Gehen wir mal. Ja, auf zum Street Level. Der muss doch die Trittgeräusche hören. Ja. Ich hack mich hier mit Steckdosen hier. Ich find's so toll, dass ich in Steckdosen hacken kann. Da ist ein Computer, jetzt geht's los. Und ein Telefon. Da kann ich mich nicht reinhacken, komischerweise. Verdammt, genau. Jetzt gehen die Laserschranken wieder an. Ja, die sind dann mehr Rechner, wo ich mich reinhacken kann. Hier sitzt aber leider jemand dran. Lass das Hecken mal an mich machen. Jaja, hast recht. Ich kann Viren machen, steht an Stand dabei. Hier ist so eine Steckdose, wo ich hecke. Ah, da sitzt überhaupt schon jemand an den Rechner näher. Frechheit. Die willst du dich verkleiden? Ah, gute Idee. Da oben ist ein Laser. Da oben ist ein Laser. Der ist da alles gehackt hier. Guck mal, wie viele grüne Dinger hier rumfliegen. Pass auf, gleich, gleich, gleich. Jetzt. Cool. Meine Hacker-Quadrate folgen überall hin. So, ich bin... Ah, hier, ja. In Davids Office. Wer ist David? Keine Ahnung, ich hab nur das Office erwischt. Da ist irgendwas. Komm mal hoch. Hier sind safe zum Knacken, aber ich probier's grad mal. Ah nein, jetzt hat mich die... Laser hat mich erwischt. Verdammt, wie man grad beim Pinkeln erwischt. Muss ich noch mal den Computer hacken, hier. Nein, da sitzt schon einer. Na weg, Mann. Aber man kann sich da reinhecken, auch wenn da jemand sitzt. Cool. Okay, jetzt geh ich eben mal... Hier ist ein Safe. Kannst du da mal hin, wo er grad deaktiviert ist? Ja, bin schon dabei. Sehr gut. Money, money, money. Oh. Makes me funny. Was für ein Spinner. Verdammt. Ach, da hinten müssen wir hin. Da ist das Seckenflur. Seckenflur, schnell. Warte, ich komme. Der haut mich. Ich hab Anbrüste gefunden. Ah, zu spät. Nimm eine mit. Zu spät. Oh. Ist ja fast die Übermischen Impossible hier. Schraubenschlüssel. Sehr schön. Hä? Verdammt, hat er auf mich geschossen. Schieß schon wieder auf mich, ey. Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Oh. Ach da. Ach da. Hier bei der Wache. Verdammt, ich komm nicht rein. So, jetzt hab ich keinen Schraubenschlüssel mehr. Ah. Sehr gut. Ah, Pflaster. Und Wachuniform. Sehr schön. Okay, dann lass uns mal nach rechts gehen. So, Security. Da steht schon einer. Aber das ist eine Polizei. Da will ich jetzt nicht an seinem Rechner. Ich kann aber oben K.O. schlagen. Hier ist irgendwas. Ah, Rauchgranaten. Mist. Ah. Okay, ich hab nen Pokal. Soviel deaktivierte Laser. Oh nein. Ich hätte nicht sagen sollen. Ich glaube es noch nen Pokal. Und noch nen Computer. Ah. Komm her du. Niedergeschlagen. Hier ist ein Safe. Warte, wo komm ich hinten nach? Ah, der hat Maschinengewehr. Was? What? Scheibengleiser. Blödes Maschinengewehr. Was ist denn diese Türme sind das denn? Okay, wir haben alle Dinger eingesammelt. Jetzt müssen wir gehen. Ja. Wo müssen wir denn hin? Hier kommt ne Wache von da. Wo müssen wir denn hin? Hier raus wahrscheinlich. Escape, ja. What? Oh Gott, escape bloß schneller. Hier neue Wachonyform. Hey komm, macht Laune. Ich glaube die Kombination Hacker und Lockpit ist ganz gut. Oh nein. Oh Gott, wie viele Wachen es gibt. Renn man, renn. Warte. Oh, hier sind noch Edelsteine. Treppe, Treppe, Treppe. Da bin ich. Äh, hier Leiter. Oh Gott, oh Gott, ey. Chaos. Ob man noch Klos hacken kann. Klos? Ey, der kann alles hacken hier. Das ist ein Superhacker. Mit automatischer Spülung. Da kennst du die japanischen Klos. Die mit dir reden und die Wasserspülgeräusche machen und sowas. Das ist ja ganz schrecklich. Oh. Oh, oh, oh. Kamera. Cool, ich kann die ausschalten bevor sie mich erfasst haben. Und die da oben nicht, die sind da fässern. Und go, und go, und go, und go, und go, und go, und gerettet. Und weg. Sackgasse. Mit drüben. Durch die Wände. Polizei Auto? Ne, ich nehm' einen Sportwagen, und. Das stimmt. Ne. So, und jetzt aber schnell. Musée oceanographique. Vier Stücke habe mal übersehen. Ich nehme dir den Hacker. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bleib beim Locksmith. Da ist er noch. So. Oh, Gummiboot. Er hat einen Knall. Rotes. Rotes. Gummiboot. Diamant. Er hat grad was geschrieben. Schrotflinte. Schrotflinte. Boah. Was zur Hölle ist mit dem los? Er ist tot. Wo ist die Schrotflinte her? Die stand hier neben ihm. Da ist wieder einer. Ich hab' keine Munition mehr. Ich seh's. Ich hab' auch keine Munition. Ich hab' auch keine Munition. Schleiche. Wo sind wir denn hier? Oh, nein. Oh, nein. Diese Mist. Franzosen oder sowas? Oder sind immer noch Franzosen? Wir haben immer noch Franzosen. Ich hab' den aquatischen Ausgang gefunden. Sozusagen. Ich hab' da aquatische Ausstellung gefunden. Exhibits ist eine Ausstellung, ja. Oh, fuck. Schnell weg hier. Oh. Die sind ja brutal. Oh, nein. Rein. Scheibenkleister. Erstmal heilen, ja. So blöd da so ein Heilkasten nur für einen ist. Oh, Mist. Ich dachte, ich kann das auch hecken, ja. Der schlägt mich. Der schlägt mich. Der schlägt mich. Oh, der mit seinem Maschinengewehr ist ja brutal. Ich bin tot. Oh, verdammt. Kann ich die irgendwie wiederbeleben? Keine Ahnung. Ich geh' mal zu den nautischen Tiefen. Äh, Displays. Da sitzt ne Wache auf meiner Leiche. Nein. Es geht auch nicht. Ich muss die irgendwie kriegen. Nein, ich hab grad meine Munition verschwendet. Scheibenkleister. Warte mal, haben wir gleich. Ich muss nur grad genug Munition sammeln. Ja, und lasst mit durch den Laser. Nein. Ein Pflaster. Und dann halt dich. Ah, du hast keine. Punkte. Oh. 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 Erwischt. Tja, das war unser erster Tod. Ja. Justice served. Ja, dann nochmal, ne? Auf. Oh nein. Was hab ich jetzt genommen? Du hast den Luke, äh, Luke, äh, den Lockout. Luke Skywalker. Ich nehm mal den Mole. Ich grab mich durch die Wände durch. Verdammt, den wollte ich gar nicht nehmen. Mole Skywalker. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen taktischer vorgehen, glaub ich. Ja. Boah, ich kann die Wände nach und nach abbauen. Ist doch nicht für die Schmutzflinte. Das ist taktisch. Stopp. Arreite ruhig, bitte. Seit wann wird denn eine Ausstellung bitte mit Maschinengewehren bewacht? Tja, die Russen-Mafia. So, ich schleich jetzt mal den Grenzer, damit wir sehen, wo die Feinde stehen, ne? Jaja, ich schleich dir nach. Warte mal, lass uns mal hier unten durch den Eingang, vielleicht ist da weniger los. Aha. Oh. Okay, schleich bitte, ne? Holt ihr eine Klache? Hab ich. Okay, was ist denn das hier? Ah, ein Breaker. Kann man ganz schnell hier durch. Oh, Wache, Wache, Wache. Schnell hier oben. Sehr gut. Wache? Ne, das ist keine Wache. Oh, Strom läuft wieder, Achtung. Merde. Schnell Punkte einsammeln, ey. Nein, das ist nebengeschossen. Au. Ich werd geschlagen. Ich werd von verrückten Franzosen verfolgt. Oh, heil dich doch mal schneller, mein Freund. Puh. Ich hab sie abgehängt. Oh nein. Ah, von wegen, ich hab sie abgehängt. Hilfe. Nein. Der Mole Man ist in Gefahr. Bist du tot? Wurde zu Tode geprügelt, aber ich bin hier in diesem Raum, wo wir zuerst rein sind. Oh nein, ich hab grad die Munition wieder verschwendet. Oh, da ist ein Shark mit Laser. Wie cool ist das denn? So, ey. Ich baue mir jetzt ne gerade Linie hier durch. Aber die hören nicht, ne? Oh fuck. Du hast recht. Ha, da ist er vorbeigelaufen. Nein! Beschissene Shark mit Lasern. Geh mal nach links, wenn du kannst. Da liegt mal ne Leiche in diesem Raum. Ich seh die Leiche. Ich komm nicht rein, nein! Ah! Oh, ein verrückter Maschinengewehr. Oh, du lebst, du lebst! Danke, 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 weg hier. Ich bin tot! Nein! Statt noch nicht, lauf! Ah! Ich hab hier um ne gerade Linie geschlagen. Ich bin tot. Nein, die gerade Linie ist weg. Nein! Wie haben sie es wieder zugebaut? Ja, ganz schnell. Wahnsinn. Da kroken. Wo liegst du denn? Da unten liegst du? Unten, ja. Oh nein! Was ist gut? Achtung, Wache, Taschenlampe und Schraubenschlüssel. Ah! Ah! Wir sind einfach zu schlecht. Ja. Aber es ist ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Ja, finde ich auch. Okay, vielen Dank, dass ihr euch dieses traurige Schauspiel angeschaut habt. Ja, wir probieren es irgendwann nochmal neu. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!